Und damit jetzt willkommen zurück zu, äh, Grimdor mit Chantal und LaFishy. Wir haben uns nochmal ein bisschen in der Stadt angeguckt, äh, ein paar Sachen hin und her verkauft und, äh, ich hasse diese Viecher immer noch, weil sie tierisch stark sind. Und er fokusset mich. Was? Ha! Ja, ich glaub, die Porten auch. Oh mein Gott, die sind so stark, alter. Ich muss weglaufen, übrigens. Gott, sind die stark, das ist so süß. Oh mein Gott, er hat sich zu mir geportet, danke. Ich hab ihn umgeschubst. Also wenn ich da mal reinkloppe, ne, dann sind sie auch sehr schnell tot. Aber alter, die machen so einen krassen Schaden. Also ich glaub, ich müssen davon noch einen Bossgegner töten. Ich glaub, ich sollte dir bei denen lieber mit der Nahkampfwaffe reinhalten. Die Teile, also das Teil, was wir töten müssen, heißt Mogara und... Mogambe? ...so ein Matikor vorstellen. Oh mein Gott. Die Kätzchen sind so süß. Die sind wirklich süß, aber extrem heftig halt einfach. Die machen so einen extrem enormen Schaden, ey. Also du, weißt ja, die machen mich, mit einem Schlag machen die mich fast weg. So, der erste Typ ist weg. Zweites weg. Ich seh gleich, glaub, dahinter ist noch einer. Ja, ich glaub, dahinter ist noch einer. Aber ich seh's ja, da haben wir. Okay. Ich schieß einfach zweimal rein und erst droht. Ich find super, wie die Viecher umkippen, wenn ich da voll reinhalte. Merkli, ich hab' ja gerade zu Tode gestanden. Merkli, ich hab' ja gerade zu Tode gestanden. Merkli, ich hab' ja viel Blitzschaden nicht machen. Ne. Achtung mal gleich drauf, wenn ich nicht einen Gegner reinknüppel. Warte da, seiner? Erbt mich, erbt mich. Hier, guck mal, jetzt. Sehr gut. Alles nur über meinen Skill. Und über deinen Skill sogar noch zusätzlich. Also wir machen richtig viel Blitzschaden. Ich mach Elemental Damage und kein Lightning Damage übrigens. Also der Skill. Okay. Ich weiß noch nicht den Unterschied, aber... Ja, es gibt ja auch irgendwie Burn und Fire Damage. Ja, es gibt Burn Damage, äh... Frost Burn Damage gibt's auch noch. Frostbrand. Scheiße, ey, oh, was ich hab' vor mich geportet, nice. Du siehst auch schon mal die Frost, alles so ein Baumsturm. Oh Gott, bei mir lebt es gerade krass. Bei mir gar nicht. Noch nichts, auch so, aber gerade, und meinst du mir nicht auch gar nicht. Du stehst doch gerade an, jetzt, ja, ich stand auch, oder gerade, weil ich auch verwirrt war. Okay, wir haben jetzt einmal die Jagged Waste im Runde und gleich müssen wir noch komplett erkunden. Ich glaub, wir sollten niemals PvP anmachen. Weil wir uns aus Versehen die ganze Zeit töten würden? Ich würd dich wahrscheinlich aus Versehen one-hütten, oder so. Du weißt, wie viel Schaden ich mit einem Schlag mache? Ja, weißt du, wie viel Schaden ich aushalte mit einem Schlag? Ich schätze nicht, also doch, ich schätze schon, du überlebst meinen ersten Schlag. Aber ich glaub nicht, dass du mehr als vier Schläge überlebst. Einen zweiten glaub ich auch noch, und vielleicht fünf andere auch noch. Na, fünf andere weiß ich nicht, ich mach ungefähr 1000 Schaden pro Hit. Ja, ich glaub, das würd ich schon noch überleben. Du würdest mich wahrscheinlich one-hütten, weil ich so wenig Leben hab. Ich kann mich vor allen Dingen auch noch stunnen und alles, also... Das kann ich auch. Aber ich kann's besser. Ich kann nicht wegklatschen und ich danach noch stunnen. Das kann ich auch. Ich mach's noch nie. Ich will 33% weniger Leben machen. Ja, ich hab sowieso schon kein Leben. Also bringen 33% weniger auch nichts. Wenn du 1000 Leben hast und ich dir 33% weniger mache, hast du 300 Leben weniger. Das heißt, ich brauch noch zwei Schläge für dich. Wenn meine Schläge irgendwie richtig procken waren. Ich steh mir nicht, wie meine Schläge funktionieren, aber okay. Oh Gott! Ich bin mal wieder weggegangen, ne? Ja, ich auch. Ich bin wieder reingelaufen. Ja, ist das tot. Mach'n aber gut schaden. Oh, er ist ein Boss-Monster. Ein Helden-Monster. Ja, mein' ich doch. Da ist Rolling Blood. Ja, mein' ich hab' richtig geiles Clamor gefunden, aber es ist halt ein Zweihänder. Okay. Ist es eigentlich immer noch, äh, äh, hier, dingens, äh, Nacht oder ist es wieder Nacht? Es ist, ich glaub' immer noch Nacht. Na, ich glaub', nein, in der Wüste sind wir auch im Tag reingegangen, weil's da so hell war. Nein, einfach, weil die Wüste hell ist. Kann auch sein. Hier ist, glaub' ich, einfach noch so'n bisschen Rauch in der Luft. Ich will die ganze Zeit mit Karte an am Laufen. Ja, ich auch. Was, Fokus, der Mixer, der Mixer, ich war voll weit weg von dem Penner. Ich hab' ihn weggeboxt. Da kam der Zweite. Okay, wenn ich da mit dem Schwertchen reinknippe, sind die auch nicht wirklich hart. Okay. Ach, da war ja schon wieder einer. So, stimmt, ja, da. Sehr gut. Alter. Ich weiß nicht, das Spiel macht mir echt viel Spaß. So, wieder da, äh, mit, wieder der Karte halb unerkundet, weil's bei mir auch abgestürzt ist, als ich dann Nessa verlassen wollte. Und wir sind jetzt wieder hier und sind hier jetzt wieder langgegangen und erkundet jetzt einfach nur die Jacket Waste fertig. Genau. Egal, wie dann der Park geht. Egal, wir sind stehen geblieben. Ähm, wir haben nämlich ganz viel jetzt unerkundet, was uns, äh, natürlich nicht nervt, weil das total toll ist. Das ist ein Spielfeature, das möchte man. Das ist kein Bug, das ist ein Feature. Ich bin schon da, Freddy. Okay. Ach ja. Mann, die Kors, ich hasse. Ich bin übrigens gerade dreimal gestorben, während wir, äh, die Stelle wieder versucht haben zu erreichen. Echt nicht. Das ist immer ich das meistens auch alleine und er kommt einfach nach dem Portal. Ja, meistens, aber dieses Mal hatte ich da keine Lust drauf, irgendwie. Jetzt willst du auf einen Follow-Shelter zu spielen und hier mitmachen? Tue ich gar nicht. Oh Gott. Wollt ihr schon wieder jemand? Ja, meine Freundin. Das, 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 das ist das perfekte Follow-Geräusch. Ja, da oben haben wir übrigens noch was nicht erkundet. Ich weiß. Ich hab das mir letztes Mal langgegangen. Ja, ich werde das vielleicht wirklich als, äh, Follow-Geräusch machen. Als Follow-Shelter-Geräusche, sehr gut. So. Alter, ist ja hochlevelig. 43, geht doch, weil wir kriegen die über mir. Hä? Lila. Rot. Ist ja nur 5 Level über dir. Du, ist das chillig. Okay, lass das Gebiet hier noch erkunden. Okay, das freust du mir schon. Scheiße. Ja, ja, ich fuck dir. Follow-Shelter ist zu. Aber ich laufe auch für dich. Ja, war nur eben gerade noch kurz offen, weil ich noch Strom sammeln musste. Ich find's auch total sinnvoll, dass man Strom nicht vollautomatisch sammelt. Dann darf man sich dafür erstmal Mr. Handy kaufen muss. Sehr gut. Hast du natürlich gemacht, oder? Ja, klar, direkt. Weil ich noch Echtgeld für so eine Spielezahl, genauso wie für die Stämme. Weil Echtgeld für kostenlose Spielezahlen Sinn macht. Wenn dir das Spiel gefällt. Nee, nee, tut mir leid. Nicht für irgendwas, was nur temporär bringt. Dann möchtest du mir doch lieber eine Feuerwehrsie kaufen. Einen Spielmonat für das Star Wars MYPG macht, das ist eigentlich gratis. Aber okay, für 3,50 Euro. Also das kostet eigentlich 15 bis 20 Euro. Also ich hab nicht den Vollpreis bezahlt, weil ich hab so diverse Seiten, wo man so alles günstig bekommt. Ja, das geht ja dann noch, aber ich weiß nicht. Weißt du, so bei die Stämme denk ich mir dann immer, okay, ich könnte mir jeden Monat Premium kaufen. Das würde mich nur 5 Euro kosten. Aber dann kann ich mir auch einen guten Vollpreistitel kaufen. Da hab ich nach 5 Monaten dann das gleiche an Geld reingesteckt und wahrscheinlich mehr davon gehabt. Bei League of Legends zum Beispiel, da find ich's okay, weil da braucht man die Skins nicht, aber sie sehen halt ganz cool aus. Und wenn man sie mag, kann man sich die kaufen. Also wenn es kein Pay-to-win ist, dann ist ja okay. Aber bei solchen Sachen... Die bringen eigentlich nichts. Also ein paar bringen halt schon was, weil da ein paar Partikel schwerer zu sehen sind. Weil das dann halt, wenn du jetzt zum Beispiel einen roten Zauber hast und der wird dann durch den Skin blau und den sieht man dann halt irgendwie ein bisschen schlechter. Weil es dunkler ist oder so. Das ist so das einzige Pay-to-win, aber du wirst euch noch stärker. Bei Minecraft stört's mich jetzt auch nicht so krass. Also zumindest bei Minecraft wohl... Bei GOMA HD zum Beispiel, wenn du die Premium kaufst, dann hast du einfach nur keine Lobby-Wartezeiten und so. Wenn du dir dann aber diese... Oh, da ist ein Boss-Monster. An den Alphas ist einfach nur okay. Wenn du dir dann aber diese Packs kaufst, womit du dann eine Diabrust... Äh, eine komplette Diabrüstung hast, wenn du Skywars zum Beispiel spielst, dann stört mich das schon wieder. Weil das ist halt einfach... Ich bin kein Arsch. Da bezahlst du halt einfach und dann gewinnst du. Vollautomatisch. Weil du kannst eigentlich gar nicht mehr verlieren, wenn du so gut bist. Wenn du so eine gute Cripper hast. Das ist so, als wenn wir bei... Und nochmal wieder da. Äh, oh Gott. Boss-Monster, nice. Äh, Helden-Monster. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Also die kleinen töten. Bin ich gerade bei. Ich bin aber krass gesloat. Ich kann nirgendswohin flicken, die sind so riesig. Boah, dieser Kreis ist ganz böse, Alter. Der isloat und richtig krass. Die kleinen sind tot. Der hat die Schockwelle aus Titan Quest. Sehe ich. Roten Effekt. Ich gebe dir mal ein Heiltranke noch. Ist tot. Oh, Polished Emeralds. Im letzten Part haben wir übrigens... Also nicht im letzten Part, in der letzten Aufnahme dieses Parts haben wir übrigens anderen Helden-Monster vor der Aufnahme getötet. Das haben wir nicht aufgenommen, weil... Swag. Ja, aber das hatten wir schon gekillt. Glauben wir jedenfalls. Also ich freue mich ziemlich sicher, dass ich es getötet habe. Ich war mir ziemlich sicher, dass ich das noch nicht gesehen habe, aber Freddy mal dir ja. Ja, egal. Und Freddy hat diesmal eine gespeicherte Karte. Ich nicht. Ja, weil ich konnte das Spiel noch beenden, nachdem er weg war. Letztes Mal ist es bei mir auch abgestürzt, als ich dann zum Menu gehirn bin. Und diesmal habe ich das Spiel komplett beendet. Dann ging es. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, das liegt am Gebiet hier, dass das Spielsdurch nicht mehr abstürzt. Ich hätte das ja auch. Damals in der Bibliothe, also in diesem Elm Wardens Laboratory, da hatte ich das damals im Singleplayer auch. Ich weiß nicht, ob es im Multiplayer auch noch war. Oh, was blau ist. Ach, Scheiße. Das kann was Gutes. Die Gegner sind einfach so stark. Am besten nicht da hochgehen. Oh, da sind ziemlich viele. Okay, jetzt müssen wir hier noch hoch. Also bei mir ist ja nichts erkundet. Ja. Aktuell. Dann ist hier noch ein kleiner Weg, der ins Nichts führt. Okay, alle tot? Ja. Ich mach mal zwischendurch. Oh Gott, aber da ist der Boss. Ich weiß es nicht. Der Boss. Ja, hier. Oh, hier macht süße Katzenangriffe. Oh Gott, er macht richtig süß Katzenschaden. Du Scheiße, leck mir die Eichel wund. Machst du einen Schaden, Junge. Ich bin tot. Ich weiß. Wie viel Schaden macht der? Und die Mieter rasten hier gerade richtig aus, die Kinders. Machst du mir ein Portal? Ich bin offen. Die Kinder drehen hier gerade richtig durch und knallen die Türen im Treffen raus. Ach Gott. Der macht so krass Schaden, das ist richtig gut. Der macht fast so viele Schaden wie ich. Und hält ungefähr das 80-fache aus. Okay, nice. Titz. Ich bin tot. Ich konnte nicht mal gegenhalten. Paltrang war schon drin. Ich versuche noch gar zu überleben, weil der hat Manaentzug komplett gemacht. Nice. Ich komme schon wieder. Bin wir da? Nice. Ist er da? Tot. Oh, er ist tot. Nichts Gutes verloren, nice. Das war aber nicht der Bossgegen, den wir quillen sollten, oder? Doch, return to deathmark Vala at his camp in the Pine Barrens. Pride of the jacket waste. Wo steht das? Äh. Pride of the jacket waste. Ach, da. Okay. Wenn ich gesehen habe. Wir sollen irgendwie 18 mal... Okay, ich habe hier noch einen kleinen Teilcher herkunden. Clear out Grives Mill in the Blood Grove. Ja, Blood Grove, da kommen wir als nächstes dann hin. Gott, ich hasse diese Viecher, alter. Man ist ultra süß. Der hat mich gerade noch fast so ein Tod getötet. Also ich glaube, der hat mir gerade noch 600 Schaden oder so... Oh, guck mal, hier liegt ein Dino. Ich weiß. Hier lagen überall schon Dinos in der Wüste. Ich weiß. Und nochmal gelevelt. Nice, ich level auch wieder fast. Und wir haben das komplette Gebiet erkundet. Bei mir fehlt da oben noch ganz viel, aber... Ist halt so. Okay, wollen wir erst wieder zurückgehen? Ja. Wartell gemacht. Dann können wir hier hingehen. Dann kannst du ja gleich nach... Wohin? Äh, du kannst nach Homestead direkt schon gehen und ich gebe die Quest hier noch ab. Okay. Das mag man, Laro. Äh, Morgana ist dead. Okay. Black Legion, oder? Haben wir bekommen? Ja. Reputation. Hab ich auch gerade. Der Gloomweaver ist already dead in my hands. Okay, den Gloomweaver, das war die Spinnen, die wir töten mussten. Nice. Nochmal Black Legion, 100 Stück. What do you need? Continue. I will slay Blood Feast. Haben wir auch schon noch nicht. Nee. In Tyrann's Halt. Achso, stimmt, wir müssen ja noch Tyrann's Halt fertig machen. Okay, dann kannst du wieder hierher kommen. Okay, okay. Ich komme. Ähm, nach Pine Barrel Rifts, ne? Ja. Oh Gott, hier müssen wir einmal komplett außen rum. Okay. Äh. Jetzt geh ich noch schnell. Äh. Bin ich hier mal einen Punkt rein? Ich glaube, ich skimm... Einmal Arcane ist noch was rein. Oh, jetzt müssen wir wieder richtig weit rum. Schaut, dass da eine Verbindung ist. Gibt's den Händler, ne? Nee. Und wir haben noch, ich gucke mal kurz auf die Uhr. Noch dreieinhalb Minuten. Was? Echt noch? Ja. Ist krass. Kommt aus davor, als würde das alles so richtig lang dauern schon. Ja, wahrscheinlich, weil wir da schon drei Parts gemacht haben und inzwischen nicht immer wieder hin und her rennen mussten. Ich werde das wieder nachher zusammenschneiden. Ja. Aber nicht bei YouTube. Ich werde das dieses Mal wahrscheinlich direkt im Render-Tool zusammenschneiden. Render ist doch gar nicht mehr. Wieso gehst du da lang? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, hier geht's so lang. Ja, aber auf YouTube zusammenschneiden, ich weiß nicht. Das hat richtig lange gedauert, bis es verarbeitet war. Richtig lange. Also normalerweise dauert das schon richtig lange. Obwohl ich als MP4-Datei hochlade. Aber das dauert dann noch länger, ey. Du musst keine Ahnung, wo ich lanke, ja. Ich gehe da lang, wo wir schon lang gegangen sind eigentlich, aber hier sind trotzdem Gegner. Weil du einfach durchgerusht bist. Ja, ich wasch das auch einfach gerade durch. Also ich würde, wenn nicht du wäre, mir vielleicht nicht vorab, wohl die Eben hier sind nicht schwer. Für dich. Ja, du kannst ja alle one-hatten, oder nicht? Ja, aber sie müssen auch auf. Copper, Copper, Copper. Ich schütze alles Copper. Stimmt, hier ist jetzt auch wieder alles nicht erkundet. Ihr auch? Ja. Also nein, nicht erkundet, sondern einfach nicht. Oh, hier ist ein Bossmonster. Hallo. Töten wir nicht? Töten wir es? Nein, nein. Es folgt mir. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich bin gleich wieder bei dir. Ich bin gleich wieder bei dir. Hallo. Äh. Wir laufen uns einfach beide in der gleichen Ecke fest. Boah, ich bin schon wieder festgelaufen. Das ist kurz. Okay. Ich tötte dich einfach schnell. Komm schon. Das heißt, schnell, ich tue dich einfach gar nicht. Äh, dein Zauber sind übrigens aus. Äh, warte. Ja, stimmt. Ich habe auch meinen Charakter ab und ich vergesse ich immer. Das weißt du, das Skillen, äh... Ich glaube, wir kriegen jetzt sogar 10 Punkte pro Level. Ach ne, ich habe ja wahrscheinlich einfach 10% Physik extra oder so. Deshalb kriege ich noch extra Punkte. Oh, der wird 44. Ist für mich noch rot. Oh, ist ja auch schon über 38. Hier ist ein Boss. Oh, der ist ein Heldenmonster. Ja, ich kämpfe gerade hier gegen andere nette Leute. Die mich auch töten. Der macht extrem viel Schaden mit deinem Esser-Scheiß. Oh, der hat erst mal zu ihm hingeschwebt. Oh Gott, und mit extrem viel meine ich gigantisch viel. Die konnte doch bisher nicht... Ja, nice. Ich komme nicht weg. Ich bin tot. Ja, was gestern? Diese Dornen, Alter, die sind übel. Machen wir so ein paar Teile. Ist offen. Nice. Danke. Stimmt, mehr so. Ich hätte ja Mana-Trak nehmen können, als der Typ mir das ganze Mana... Also der letzte Gegner, das Mana. Jo, hättest du. Oh, ich habe es nicht gemacht, hier haben wir gewartet, du bist. Oh mein Gott. Oh, Scrap, danke schön. Ich schlafe nicht in die Aura ran. Ich schon, YOLO. Der hat voll Kill-Aura an. Nice. Hat er immer. Ja. Das ist jetzt der dritte Part, den wir auch haben, oder? Hm, ja. Der Part ist vorbei, wo wir auch noch schnell zum Zygan's Haut laufen. Ja, na. Schnell. Ja, ist richtig. Was denn? Möchten nicht noch mehr Gegner kommen? Das sind doch gar nicht so viele. Wie speichert man eigentlich einfach das Cap drücken, oder? Automatisch wird es eigentlich gespeichert, außer wenn es abstürzt. Ja. Der Witch-Tock da mal totgeprügelt, der hier hinten war. Hier ist noch irgendwo einer. Da vorne. Da. Gutes, wenn er Xand ist, macht er keinen, kann er nicht mehr healen. Gott, wie viele sind denn hier noch? Übel viele, würde ich tippen. Das macht einen ganz schönen Schaden gerade. Ich weiß aber unbedingt, ob ich einen Heiltränken nehmen soll. Ich hab gerade schon wieder einen genommen. Ich hab keine mehr. Ich bin jetzt genau bei null Heiltränken. Also ich hab noch 73. Dann. Oh, es ist Tag. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Jo. Bis dann, haut rein. Bis dann, ciao.